Willkommen wieder, liebe Leute, bei Overwatch. Heute Schnellsuche, also was ganz entspanntes, mit dem neuen Ash-Skin, den haben wir hier am Start, den wunderbaren Pinken. Ich hab ein Pinkes Gewehr und Zombie ist auch Pink. Hallo, ich bin Moira mit dem neuen Skin. Challenge, wenn Mr. Mo noch mal was sagt, ist das Video vorbei. Ha! Boah, jetzt gehört die Folge mir. Easy. Nein, du darfst reden. Mr. Mo, die Folge ist nicht vorbei. Versprochen. Bitte, bitte rede wieder. Oh! Okay. Okay. Und jetzt Endcard. Ich, 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 ich. Und jetzt Endcard. Das war das Video. Da unten ist ein Soldier. Ja, ähm, ich wurde von dem Hanso gekriegt, der hinter uns steht. Oh, das ist ein Hanso? Ja. Ich würde mal kurz... Richtig verwirrender anfangen, das ist sehr nice. Hanso ist tot. Ich wollte heute mal eine Runde Quickplay mal wieder machen, mit Zorbe. Ganz, ganz geschillt. Wir haben ja jetzt die coolen neuen Skins, alle, du bist ja Moira ein Jung, quasi, ne? Bist ja Jungspund-Moira. Oder? Aua, ja, Aua und tot. Und tot. Jung und, jung und tot. Das, was Moira am besten kann. Wir haben schon verloren. Ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. Es war verwirrender Anfang. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wie das geschehen als Ash. Das ist mein Problem. Ich will eigentlich nur Monokelbob. Das stimmt. Das ist das Wichtigste. Monokelbob und dann ist für mich das Spiel schon rum. Ich halte einfach die Zaya. Die weiß schon, was abgeht. Hast du eigentlich auch wieder ein Unboxing gemacht? Nee, ne? Nee. Nur für dich selber. Nur für mich selber. Ich hatte... Ich finde aber, ohne Witz, das beste Highlight-Intro in Overwatch ist der Hamster, oder? Der Hamster? Ja. Achso, ja, das da. Das Meme. Ja. Es ist der erste Versuch von Overwatch, langsam in die Meme-Richtung zu gehen und so funny Sachen zu machen. Hier ist so ein Urgestein des Internets, dieses Hamster-Intro. Ja, ja, klar. Ja, und dann kommen dann diese hippen Megaskins hier, weißt du so. Ja. Fortnite-Tänzer und so kommen hier auch und dann geht es richtig los. Alter. Benutzt mein Overwatch-Creator-Code? Overwatch-Creator-Code? War schön. Das wäre einfach die perfekte Welt. In jedem Video einfach durchgehen seinen Creator-Code dann. Aua, wird gezahert. Ich bin richtig verwirrt, ich habe noch nichts geregelt. Ich bin halt... Keine Ahnung. Ich habe vier Goldmedaillen, aber ich bin ja unmeurer. Ich habe 40 Damage gemacht, die Runde. Ich habe... Was, wie viel? 40? Ich habe 1.500 schon. Ich habe nichts getroffen bisher. Ich renne nur rum und reche. Ich muss mich mal jetzt hier... Ist auch sehr aufregend mit Zombie. Ja, echt. Ich bin wieder gestorben. Ja, das, obwohl du halt gestorben bist. Finde ich halt krass so. Naja, ich meine... Ich habe meinen Videos schon gefragt, ob du noch lebst und so. Also von daher... Einfach krass, ey. Aua, wird gar nicht so. Ich habe mit Zombie auch schon über das neue Event geredet. Er hat das nur gehatet. Ich war ein bisschen traurig. Ich habe es nicht gehatet. Ich habe nur gesagt, dass die Gegner alle dieselben sind. Die neue Map ist schön. Ich freue mich, wenn die kommt, weil... Ich fand, das war mal irgendwie... Das wirkt halt so ein bisschen anders. So ein bisschen... Mal so ein bisschen düsterer auch, ne? Und ist das die erste Map, die mal Wettereffekt hat? Weiß ich gar nicht. Ich kenne keine mehr, wo es sonst regt. Ich habe Angst. Aua. Ich habe die McCree-Olde auf mich gezogen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache eigentlich. Also gerade wirklich. Ich heile auf jeden Fall zu wenig. Ich habe jetzt was gekillt. So. Leute, eine Eliminierung. Ich habe jetzt rasiert. Nice. Ich glaube, heute... Ich habe ja im Roadhog. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hättest du heute zu Roadhog wechseln. Bei meinem aktuellen Aiming. Ich muss mal wieder mehr Apex spielen. Dann kommen die Feinde zu dir. Ich muss mal wieder mehr Apex spielen. Dann geht doch. Ich habe noch nie gegen Baptiste gespielt, glaube ich. Ich finde den ultra eklig. Ja, ist cool. Ich töte die alle fast. Ja. Die sind alle fast tot. Ah, die haben ja Baptiste-Dings. So. Ach so. Alter, halt ja viel. Aber ich habe da irgendwie tausend Schaden reingemacht. Bob! Mit Monokel! Monokel Bob! Monokel Bob! Monokel Bob! Monokel Bob! Teamwork! Nee, du musst, wenn ein Baptiste noch dieses Schild macht, wo alle unsterblich sind, dann musst du doch das Schild kaputt machen. Ja. Hast du nicht gemacht. Ich habe ein bisschen drauf gelasert, aber ich wollte mehr Damage fahren. Ich habe es kaputt gemacht. Ey. Ich treffe diese blöde Hand so einfach nicht. Ich weiß nicht, ob der irgendwie so ein Anti-Schild hat. Nee, nee, der Baptiste hat die ganze Zeit hinter dem oben gestanden und den Vollguide, jede Sekunde. Ich habe jetzt aber direkt Silber-Damage, ne? Ja. Direkt von 0 auf 100 Quad. Perfekt. Das ist einfach Profi. Alle, deren Hans ist echt gut. Der ist echt nervig. Das heißt, er ist gut. Au, dammit. Ah, wie schnell ich verrickt bin, weil hinter mir noch der Switcher starrt. Und dann kam noch der Ulti-Genji. Wir sind unsterblich. Ja, schon wieder, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich bin an der Tosis. Hält ich den Schuh. Genji hat mich getötet. Der Genji von denen tötet aber auch alle irgendwie, ne? Wenn du Genji tötest, haben wir gewonnen. Hör nicht, Genji schütte Ende dieses Video. Das ist der Game-Mode. Also wird es nie enden, weil Genji unsterblich ist. Die Stunde hat... Ja, ist aber immer noch lustig, selbst nach fünf Jahren. Ja, ne? Wie alt ist das Spiel jetzt? 2016, oder? Junge, ich wollte dich heilen. Mich? Ja, aber du rennst die ganze Zeit weg. Aber wie alt ist das Spiel? 2016? Weiß es gar nicht. Hab ihn. Oh, perfekt. Oh Gott, die haben Affen. Ich hab den Affen weggeschubst, der hat mir Angst gemacht. Alter, Last Defender hat zwar mir YouTube geschrieben. Aber es ist Mr.Morgo YouTube. Nein, das ist jetzt auf deinem Kanal. Ich nehme das auf, schneide und lass es auf deinem Kanal. Grüße an meine Mutter. Ja, Alter, Last Defender. Grüße an meine Mutter. Hä, die hab ich doch gestern Nacht schon gegrüßt. Ach Mann. Real Talk aus der Zentrale, Bruder. Dinger. Mann. Der Affen nervt mich jetzt schon. Ich mach ein bisschen Damage da rein. Ist mir egal, wie viel Iris Heilung da ist. Ich hab den Affen. Ich hab den Affen. Kein Problem, Leute. Alter. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert eigentlich. So viel Damage noch reingedrückt. Deren Weeper hat alles, ne? Unser Weeper hat alles gerettet, so. Kannst du mich heilen? Kannst du mich heilen? Ja, ich werfe eine Heilkugel genau dahin, wo du stehst. Kommt gleich an. Da ist es. Halleluja. Ey, ich vergesse immer der Kugelibahn, wie viel Damage der doch eigentlich drücken kann, ne? Ja, der ist der Ultra-Kugelibahn. Ja, aber blup, und dann bist du tot. Ich habe meine Ulti-Ready, ne? Ich habe meine Ulti-Ready. Okay. Komm. Ich versuche nur zu überleben. Hier sind wir alle zu aggressiv. Zieht euch diesen B3, hinter mir war der Affe. Okay. Wir haben gerade da in dem Raum, hat Tracer irgendwie alle umgebracht. Gute Tracer, fein gemacht. Ich war irgendwo wieder der, der... Hier Genji. Ja, da ist eigentlich der. Wo ist der? Ah, ganz da hinten. Der hat unseren armen Loot zu, gerade. Oh, oh. Aber rauf. Oh Gott, die haben auch ne Moira. Ich bin gleich tot. Wir haben so verloren, die haben ne Moira. Ich bin tot. Nein. Ich wurde auch geafft. Ja. Aber du hast einen Bob. Ich habe Bob. Jetzt ist Bob-Time. Ja. Ja. Hier Moment. Jetzt haben die ihre Oichis gemacht. So, ja. So, Bob. Die Stunde hat geschlagen. Das ist der Mann, muss geheilt werden. Go, Bob. Bob hat was gekriegt? Ne, noch nicht. Los, Bob. Töte sie. Töte Genji, Bob. Da, dasht ein Genji. Dreimal jetzt. Hintenander. Warum sterbt ihr allerdings? Ich weiß es nicht. Der lebt auch immer noch. Der hat die Rebels noch totgedasht. Soll ich den auf Warthog wechseln? Ja, kannst du. Nein. Jetzt wo dein Old weg ist. Ne, ich bin zu spät. Bin jetzt schon wieder. Ich habe den Affen. Ja. Kommt er mit einem HP an. Hier braucht ihr alle Heilungen. Ey, ich krieg grad gar nichts über. Oh. Mama. Wo ist denn was überhaupt gerade? Ich bin am Affen gerade auf jeden Fall und chill hier. Ich geh kurz hier zurück. Ulti Genji. Ja, ja. Ulti Genji ist am Wagen gewesen. Nein, bedauert. Was war's? Wärst du nur Rotor gewesen? Der Luzio geht noch ran. Oh. Der Turbo Luzio. Turbo Luzio. Turbo Luzio. Turbo Luzio. Turbo Luzio. So. Das war das Tracer dann auch. Auch du auch noch. Reaper Hallen, Reaper Hallen, Reaper Hallen. Reaper Hallen. Zu viel Damage. Wirft dein Dynamit und springen alle. Das war der Horror. Hätt mehr heilen müssen. Das passt schon. Nee. Wir haben uns geglaubt. Darauf kommt's an. Ich hab Anerkennung Führungsrolle bekommen. Ja. Haben nämlich alle angeführt in den Luz. Aber ich bin gestorben. Crazy. Ich hab nie dieses Schild von dem Baptiste gesehen, außer jetzt da im Highlight. Ich auch nicht. Kills mit Bob 5. Yes. Ja. Kills Gesamt 6. 16. Okay. Das war nicht so. Ja. Wir haben wie die krasseren Leute gehabt. Ja. Was war das denn schon wieder? Nein. Das war auf jeden Fall eine krasse Runde. Die krasseste. Krasseste Runde Overwatch, die ihr je gesehen habt. Rasiert bis zum Geht nicht mehr. Darauf kommt's doch. Ja. Ja. Dass wir Spaß hatten. Und eine Medaille bekommen haben fürs Dabeisen. Ja. Ja. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.